Ich bin Magie und so! Ah, schließlich schlägt ein Blitz in dein Gesicht ein. Ja, genau. Das ist schmerzhaft. Autsch. Oh man, ich möchte, ähm, mehr Herzkristalle. Hab ich vorhin auch schon gesagt. Ich glaub, das Spiel respektiert unsere Wünsche nicht. Ja, ich bezweifle es auch. Wir haben aber total wenig Geld, ey. Wie viel Geld hast du grad, Clemy? Moment. Ähm, ich hab neun Silber und 44 Gold. Oder Cooper. Was, Gold? Ich glaub eher Kupfer. Ja, ich glaub auch. Ja, das ergibt um einiges mehr Sinn als Gold. Ja. Kann ich eigentlich irgendwie meine Arxt abdrain, äh, meine... Was ist ne neue? Spitzhacke. Ich hab noch nicht rausgefunden, wie man ne bessere Spitzhacke bauen kann. Vielleicht braucht man einfach nur mehr an Material. Und Holz. Ja, wir hatten schon so viel von welchem Material denn? Ja, vielleicht hatten wir ja kein Holz oder so. Ja, das ist ein Argument. Wir sollten übrigens nicht in dieses Wasser da reinbuddeln. Ne. Ne. Sonst, ihr und so. Achtung, das ist auch weg. Und schon wieder so ein hässlicher Schleim. Mach's kaputt, Tom. Ich gebe dir gleich, mach's kaputt, Tom. Hm. Wie mach man das? Hm. Wie mach man das? Und mach's den Schlag kaputt. Mach mal unter mir das Ding zu kaputt. Danke. Geronimo! Mach's kaputt! Ist kaputt. Gut. Herzkristall. Weiter. Ich bin gleich tot übrigens. Gut zu wissen. Deathcounter plus eins. Ich bin tot. Yay, Deathcounter. Ich bin tot da. Aber, im Moment hab ich so'n Herzkristall bekommen. Jetzt hab ich 160 Leben. Nein, wieso komm ich nicht nach oben? Wart, ich hab nochmal 120. Wieso komm ich nicht nach oben? Wieso? 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 Wieso muss ich sterben? Okay, ich habe nun 160 maximale Leben. Hier nicht bitte vorne. Kein Danke. Ach, ich kann's nicht, ich kann's mir nicht leisten? Penner. Shop. Stopp. So, Hook. Ich hab einen Hook. Nice. Kenn ich mir jetzt die? Dann macht ihr aus Alpen hier, hier, Dingeln. Das hab ich vor. Ich hab nur einen Eisenbarren. Wie viel Eisenbarren haben wir? Ich hab noch vier dabei. Verdammt. Hast du noch irgendwie Eisenerz? Ähm, nein. Nur Silber. Ja, ich hab mir grad schon genug Eisenbarren gemacht. Okay. Das ist übrig. Wie viel hast du denn? 16 hab ich jetzt. Aus 12 kann man sich, glaub ich, ne Pickaxe machen, wenn du noch vier Wut hast. Ja, aber die Pickaxe bringt ja nix. Man hat ja standardmäßig ne... Wobei... Man hat standardmäßig Kupfer. Stimmt, Iron Pickaxe. Fast Speed. Ja, ich will mir aber so n Enterhaken machen, verdammt. Kannst du mir doch noch... Ja, dann mach dir n Enterhaken. Was bringt's mir? Pickaxe oder Enterhaken? Einen Piratenhaken. Tom? Piratenhaken. Ich geb dir den Piratenhaken. Tom, ich glaub du hast irgendwie vergessen ein paar Holzbretter da ranzubauen. So, jetzt kann ich mir einen Grapplinghook machen. Okay, Grapplinghook. Wie kann man den benutzen? Einfach klicken. Den muss man auswählen? Ja. Hey. Cool. Der ist verdammt praktisch in Höhlen. Wass so, wie kann ich damit machen? Mit Leertaste kann ich den wieder weg machen, ne? Jo. Das heißt, ich kann hier soweit runterhüpfen, wie ich will. Wenn ich hier nach oben will, dann kann ich hier einfach immer... ...mich immer so von einer Seite zur anderen Seite hüpfen lassen. Ist halt cool, aber so bringt nix. Na klar, bringt das was. Wie lange ist der? Okay, er ist nicht unendlich lang. Schade. Na klar, dann kannst du dich mal eben so ans andere Ende der Map... Das wär übelst cool. Gar nicht. Damals in der Beta haben die meistens noch Schaden gemacht. Aha. Können wir mal probieren. Ne, jetzt nicht mehr. Okay. Okay, zwei ist Grapplinghook und eins ist Schwert. Ja, so langsam krieg ich Übungen drin. Hey, Dani. Hi. Zyk. Hallo. Zack, zack, zack. Das ist cool. Das ist auch nicht zu tun, oder? Natürlich nicht. So, kannst du mir noch ein bisschen Eisen geben? Jo. Wofür denn? Eisenspitzhacke. Ich will auch eine. Egal, gib mal her, bitte. Ich hab schon sieben Barren. Ich brauch nur noch... Hast du noch Eisenerz? Ne. Ich brauch noch einen verdammten Eisenbarren. Verdammt. Also ein verdammtes Eisenerz. Hey, Clemy, hast du noch ein Eisenerz? Ähm... Hat er bestimmt geklaut. Eisenerz. Nö. Glaub ich zumindest nicht. Doch, sicher hast du. Komm hoch, los, lass dich sterben. Ja, ich bin jetzt hier schon ganz unten. Ja, dann komm ich auch ganz runter. Ja, dann wirst du jetzt sterben. Weil du hast vergessen, die Holzbretter dahin zu bauen. Ne, ich kann mich mit einem Grapplinghook abbremsen. Siehste? Ja, und töte mal diese scheiß Schlange, die hier ist. Das geht nicht so einfach. Okay, tot. So, wir müssen aber auf der anderen Seite die Bretter machen. Das Haus sieht irgendwie kacke aus. Wow, nice. Ja, das hast ja auch du gebaut. Naja. Ja, ja, ich bin gemein. Wir müssen irgendwie das Wasser hier abfließen lassen. Einfach runtergraben. Ich komm auch mal gleich wieder nach unten sterben. Okay. Ja, wenn du stirbst, ist das immer gut. Halt schon mal den Deathcounter bereit. Mach ich. So. Dann baue ich mir hier mal die ganzen Bretter hin. Perfekt. Okay, die auf der anderen Seite können wir demnach dann zerstören. Wir waren Zombies. Irgendwie müssen wir das Wasser hier rausbekommen. Irgendwie. Ach, ich hab ne Idee, was wir machen. Bleib mal weg von da unten. Komm mal hoch, Dani. Okay. Jo. Schau mal. Peng. Und mach nochmal Peng. Peng. Nochmal Peng. Und nochmal Peng. Das hat jetzt was gebracht. Egal. Mir egal, was es gebracht hat. Ich bagge in der Wand rum. Tsch. Tsch. Ja, den hier können wir wieder vernichten. Und bloß nicht da zur Seite aufmachen. Jo. Wir müssen weiter buddeln. War ich meine Fackel im Haar auf meinem Platz 3 in meinem Ding entsetzt? Und meinen Hammer hab ich glaub ich grad versehentlich weggeworfen. Wieso brauchst du das zu? Scheiß aus Wasser. Da kann ruhig ganz viel Wasser sein. Das hält uns doch nicht auf. Sind wir etwa aus Zucker? Das hat mein Sportlehrer mal gesagt, wenn wir beim Regen im Stadion irgendwie spart haben. So ein Penner war das. War ein richtiger Penner. Ja, das waren noch Zeiten. Damals. Vor drei Wochen. Jaja. Sind wir da, wo die Welt noch heile war, ne? Jaja. Jetzt hab ich sehr verkackt. In der Welt. Der Lebenden. Ne. Das macht keinen Sinn. Jetzt machen wir Angst. Das macht keinen Sinn. Ich bin eine bessere Spitzsacke. Ich bin... Ja, ich auch. Ich brauch noch ein verdammtes Eisenerz. Ein verdammtes, blödes Eisenerz. Ha. Wie weit geht's denn hier noch runter? Wir sind ja schon seit ner Ewigkeit am Buddeln. Das ist noch gar nichts. Noch gar nichts? Noch gar nichts. Noch gar nichts. Nehm uns nicht alle Hoffnungen. Noch gar nichts. Du bist übrigens langsam, Clemy. Ja, ich weiß. Mit so einer scheiß Spitzachse. Ne, ja. Oh. Ich glaub das war's jetzt dann mit unserer Höhle. Wieso? Schon mal nach unten. Erstmal scheiß Wasser weglassen. Wasser lassen. Erstmal Wasser lassen. Ah. Ja, aber am besten. Ja, dann geh da mal mit deinem Enterhaken runter. Ist eigentlich ne ganz gute Idee. Okay. Ich häng hier oben. Ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Na mir ist das Skelett. Du hattest es überlebt. Ja, also da ist ein riesiges Becken voll Wasser und ein Skelett. Und ein Vaterschlein. Oh Mann, wie kann ich mir so eine heiße Spitzachse bauen? Das ist ja schlecht. Wow. Mehr Eisen und so finden. Okay. Der Tor ist noch 500 Meter von mir entfernt. Ne, 500 Fuß. Also so ein Enterhaken lohnt sich definitiv, Leute. Gut zu wissen. Das war der Tag. Das lieb mir was lang. Sei froh, dass du nicht im Deathcounter bist. Junge, Junge. Ja. Das ist das erste Mal hab ich das Spiel spielen. Ja, wir haben's letztendlich gestern noch zum ersten Mal gezahlt. Ja. Ach so. Holy fuck. Ganz wie Mother Slime. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Und weg. Nein. Ja, ich glaub wir können uns jetzt aber wirklich durch das komplette Loch durchfallen lassen, oder? Nöööö. Heheh, probier mal. Ich werde sicher nicht dein sterben. Merchant, Shop. Was hast du mir zu verkaufen? Nix, Penner. Hab hier mal alles zugeholzt. So boh, fallen mir ja eigentlich dann in Wasser rein. Das heißt theoretisch müsste das gehen. Ich mach trotzdem mal meinen Enterhaken rein hier. Hallo Clemy. Wieso machst du das noch 5 breit? Damit ich da runter komme, ohne zu sterben. Und was ändert das daran, dass du stirbst, wenn das jetzt plötzlich mehr breit ist? Noch mehr Holzdinger machen und so. Klick, 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 klick. Ich bräuchte einen Klick-Bot. Nein, keine Bots. Ja, ja, ist gut. Cheaten ist nicht okay. Stimmt. Ja, das wäre echt unfair, wenn ich cheaten würde. Irgendwo ist eine Schatzkiste, WTF. Was? Ja, guck mal rein, da sind meistens so komische Items, die Vorteile geben. Okay, meins. Direkt mal hinrennen. Enchanted Boomerang, Dynamit, Silver Bar, 4 Stück. Boah, der Boomerang, der ist geil. Okay. Ich weiß gar nicht, wo ich das ganze Zeug hin tun soll. Kann es mir geben. Was bringt das Boomerang? Das ist übrigens ein verzauberter Boomerang. Macht er Schaden? Und er macht Licht. Ja, und wenn du damit Gegner triffst, dann stoßt du sie weg. Und er macht Schaden. Und er macht Licht. Wow. Haha, ich habe ein cooles Item. Und er macht es mir nicht. Tsch. Hi Clemy. Ja, irgendwer muss ja das Haus hier zu Ende bauen. Warte mal. Ich hau meinen Enterhaken mal hier dran. Warte mal. Hier, 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 hier. Warte mal. Ja stimmt, so kann man das theoretisch auch machen. Ist da irgendwo ein Monster? Kann ich den irgendwie steuern und Boomerang? Nee. Aber da ist Gold. Okay, dann geh ich mal da hoch. Das mit dem Enterhaken ist echt verdammt praktisch. Das ist verdammt praktisch. Gold, ich will auch Gold. Ich will Gold. Mein Gold. Wie viel Geld habe ich jetzt eigentlich? Nicht so viel Geld. Oh. Gold. Oh. Alles meins. Ich mache mir damit eine goldene Rüstung. Boah. Oder ich... Ey, vielleicht kann man sich damit ja auch einen Mining-Helm machen. Meinst du das geht? Womit? Mit Gold, einen selbst herstellen. Hm, glaube ich nicht. Den kann man glaube ich nur kaufen. Kann sein, dass es geht, aber dann brauchst du so viel Gold. Nee, ich glaube damit kann man einen normalen goldenen Helden machen. Ah, okay. Ah, ich will Eisenerz haben. Hier ist Eisenerz! Wow! Gerade wenn ich sage. Hier. Könnte ich mir eine eisene Spitzhacke bauen. Jussel��ikum πε,'t's나-atschein. Heim ist fundamental.